Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute das Modell Francis von Tommy M. Thomas Machalke aus Oberfranken als Sofa-Groß in Leder-Diesel-Brandy. Nun, Francis ist meines Erachtens einfach ein gelungenes Sofa. Sehr reduziert in der Form, hier mit dieser offenen Biese, fein gemacht, eine mittelbreite, eher schmale Armlehne, genau in der richtigen Höhe zum Ablegen der Hand und ein geiles Leder. Das Dieselleder finde ich eines der besten Leder. Das ist ein naturbelassenes, leicht gewachsenes Leder. Natürlich wird das speckig und natürlich ist das nicht so pflegeleicht wie ein Long Life Leder, aber es fühlt sich einfach nur gut an. Der Cliff ist toll, die Haptik, klasse. Sie haben hier Natur pur, Sie sehen alle Kennzeichnungen der Rinderhaut, Narben, Verdickungen, Heckenrisse, aber alles geschlossen, ohne Löcher natürlich. Und Sie haben hier genügend Platz auch drauf zu liegen. Die Kissen sind hier lose, mit dem Ziehband, finde ich immer ganz klasse. Reingesteckt ist es dort irgendwie fixiert. Auch den Sitz können Sie abnehmen. Das ist ein Klötzvergnuss. Damit können Sie auch mal durchsaugen. Und ja, ein Sofa, welches für zwei Leute sicherlich genügend Platz bietet. Ein schöner Hocker dazu und dann haben Sie es bequem. Nicht kaufen, wenn Sie kein Naturfreak sind im Leder und wenn Sie nicht etwas aufpassen wollen für das Gefühl, das Sie hier haben. Nicht kaufen, wenn es Ihnen zu teuer ist. Das Sofa würde so 2.500 bis 3.000 Euro kosten im Laden. Ich weiß es nicht, aber um den Dreh. Und nicht kaufen, wenn Sie nichts Kubisches wollen. Sonst ist Francis eines der schönsten Sofa, was ich kenne derzeit im Kubischen Bereich. Ja, Advertising. Profischnapp.de hat im Januar 2020 genau dieses Stück als Mustersofa zu bieten. Zum halben Preis. Einmal in 72186 empfingen. Profischnapp.de oder online. Schnappen Sie zu. Kommen Sie mich besuchen. Dankeschön. Ihr Lutz Reinhardt. Und Tschüss.